Hallo liebe Fans, ich bin Ivan Perisic und ich freue mich, hier zu sein. Am Ende ging es also ganz schnell. Nach Medizincheck am Vormittag in der Klinik und später an der Säbener Straße folgte noch am Montagabend die Vertragsunterzeichnung über ein Jahr Laie mit einseitiger Kaufoption für den FC Bayern. Der 30-jährige Kroate ist damit ab sofort für den deutschen Rekordmeister spielberechtigt. Everybody knows Bayern is a really big club, for me the best five in the world. And then when the club like this call you, then you cannot say no. And that's the reason I came here and I promise that I gonna do my best and every day to win a lot of trophies. Zuletzt bei Inter Mailand unser Vertrag bringt der technisch versierte Perisic auch vier Jahre Bundesliga-Erfahrung aus Dortmund und Wolfsburg mit an die Isar. Unter Bayern-Chefcoach Niko Kovac hat der Vize-Weltmeister schon in der kroatischen Nationalmannschaft trainiert. Ein weiteres großes Plus, der beidfüßige Perisic kann sowohl die linke wie die rechte Außenbahn der Bayern verstärken. In den letzten 7-8 Jahren spiel ich auf der leften Seite oder auch auf der righte Seite in der midfield. Aber in meiner alten Karriere habe ich auch als Strikker gespielt. Ich bin offen für alles. Ich denke, wenn der Trainer mich braucht, dann ist es egal, in welcher Position ich in der privaten Seite spielen werde. Ich bin calm. Ich möchte die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern und mit meinen Freunden spenden. Das ist alles. Willkommen beim FC Bayern München. Ivan Perisic. Das Pokalspiel in Cottbus kam noch eine Idee zu früh. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja schon zum Bundesliga-Auftakt am Freitag gegen Hertha BSC zum ersten Einsatz im neuen roten Trikot.